Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Node.js. Heute natürlich mit ein bisschen mehr zu genau dem hier. Wir wollen ja mit dem Request and Response Object in reinem Node arbeiten. Und wir haben schon einiges Cooles kennengelernt. Ich würde jetzt mal ganz kurz eine Sache hier ändern, und zwar dieses Request.url. Das können wir als eine Variable, beziehungsweise genauer gesagt, als eine Konstante speichern. Genauso können wir das hier mit der Request Method machen. Und damit haben wir dann auch schon Zugriff auf genau diese. So, und was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte manche Sachen vielleicht nur machen, wenn ich eine gewisse URL habe. Das ganze Konzept nennt sich Routing. Kennt ihr vielleicht. Routing bedeutet, ich möchte nur auf eine URL gehen, beziehungsweise nur eine Ausgabe bekommen, wenn ich eben einen ganz bestimmten Pfad aufrufe. In dem Fall zum Beispiel Slash. Slash wäre einfach nichts hinten dran. Aktuell ist es so, egal, was ich hier hinten dran packe, ich werde, hallo Welt, ich werde ziemlich genau dasselbe immer rausbekommen. Und das soll natürlich nicht so sein. Man soll ja je nach verschiedenen Pfad oben sich auch einen Bookmark zum Beispiel setzen können und dann da drauf direkt verwiesen werden oder den Link weiterschicken und so weiter und so fort. So, dementsprechend habe ich jetzt hier natürlich das Bedürfnis, hier zu filtern, je nach URL. Und das macht man relativ einfach, indem man hier zum Beispiel einfach sagt, die URL soll bitte gleich Slash sein. Dann sind wir auf dem Root. Dann sind wir quasi ganz außen. Also haben nichts anderes hinten dran eingegeben. So, was wir jetzt machen ist, wir geben das hier einmal zurück. Und was wir hier nach machen ist, wir returnen auch. Aktuell ist zwar noch nichts anderes in diesem Statement drin. Das heißt, ich habe hier nach nichts, was ausgeführt wird. Aber wenn ich natürlich jetzt hier bei dem hier bin, kann ich natürlich hier unten drunter trotzdem noch sowas machen wie das hier. Ja, das heißt, ich möchte, wenn ich auf dem Slash bin, natürlich nicht den Rest auch noch zurückgeben. So, was ich jetzt also mache ist, ähm, Main. Ja, dass wir quasi auf der Main-Seite sind. Das heißt, egal welche Seite ich aufrufe, es kommt HelloNode.js. Außer ich rufe die Root-Seite auf. Oh, dazu sollte ich vielleicht neu starten. So, jetzt nochmal. Wenn ich HalloWelt aufrufe, wenn ich egal was aufrufe, dann kommt einfach nichts anderes als HelloNode.js. Wenn ich allerdings direkt auf die Root-Seite gehe, also direkt auf den Anfang, dann kommt mein Main. Warum ist das irgendwie sinnvoll? Naja, überlegt euch mal Folgendes. Ihr habt ja normalerweise ein paar Webseiten, ein paar Bereiche in eurem Web-Server, die ein bestimmtes Ergebnis zurückgeben. Zum Beispiel eure Index-Seite. Die sollte eure Index-Seite laden. Aber, alle anderen Seiten, die ihr nicht definiert habt, die sollten ja eine 404-Seite laden. Und dementsprechend ändern wir das hier jetzt mal als 404. Da kann man natürlich ein eigenes Bild einbauen, eine Custom 404-Page oder was auch immer ihr wollt. Aber, dass eben die Leute wissen, ah, okay, diese Seite existiert offiziell nicht auf dem Server, das ist hiermit erreicht. Diese Routen sind jetzt natürlich nicht wirklich was Besonderes. Ich mache jetzt hier noch eine zweite Sache rein. Und zwar, wir können natürlich auch die, ja, Method jetzt natürlich abfragen. Das heißt, im Endeffekt, ähm, wir könnten das hier eigentlich sogar einfach als If machen, weil wir da oben eh einen Return drin haben. Wenn wir hier auf Slash Register gehen, also zum Registrieren zum Beispiel von einem neuen Account, und dann können wir hier auch was machen. Und zwar, wir können hier zum Beispiel zurückgeben. Registered. So, perfekt. Äh, jetzt haben wir natürlich noch keine Daten, die wir da hinsenden können. Aber was wir hier natürlich auch reinpacken können, ist, äh, lasst mich mal das Slash Body ganz ans Ende packen. Und das hier, lasst mich mal das hier oben hinpacken. So, ähm, jetzt haben wir hier ein H1 drin. Jetzt können wir natürlich hier noch deutlich mehr machen. Wir können nämlich hier vor allem hergehen und sagen, wir wollen ein Formular haben. Das heißt, FormAction ist gleich, wo wollen wir hin redirecten? Naja, wir wollen auf Slash Register redirecten, damit wir eben unser, ja, unsere Registrierung entgegennehmen können. Aber wir wollen vor allem die Methode auf Post setzen. Und das hatten wir uns schon mal ganz kurz angeguckt. Mit PostRequests könnt ihr Daten oder solltet ihr Daten an Webseiten schicken, um euch zum Beispiel zu registrieren. Das heißt, wir haben ja hier oben diese CRUD-Methoden. Get, Post, Put und Delete. Für Get, das ist zum Beispiel, ich möchte einfach nur die Seite aufrufen. Post ist, ich möchte Daten an die Seite schicken und zum Beispiel einen neuen User anlegen. Put ist, ich möchte Daten ergänzen bzw. updaten. Ja, und Delete ist natürlich Delete. Also, wir wollen einen neuen User anlegen. Juhu. Ähm, dementsprechend wollen wir hier natürlich auch Post verwenden. So, jetzt braucht das Ding natürlich noch irgendwelche Eingabemöglichkeiten. Das heißt, wir geben dem hier mal ein Input-Feld. Sagen hier mal Type, Type ist gleich Text. Dass man quasi sich einen Namen geben kann oder sowas. Und nennen den einfach mal, äh, User Name. So. Und, äh, dann beenden wir das Formular, machen davor aber noch einen kleinen Button. Ähm, Type gleich Submit. So, super. Und damit haben wir es eigentlich auch schon. Ähm, wobei wir dem Button vielleicht auch noch hier einen, äh, einen gewissen Text geben sollten. Ähm, machen wir mal hier hinten dran. Ähm, machen wir den Button zu Ende. So. Und sagen hier, äh, los. So, okay. Ähm, neu starten einmal ganz kurz. Und. Wunderbar. Los. Ganz groß hier. So. Sehr schön. Ähm, und wenn ich jetzt diesen Button natürlich, oder wenn ich hier irgendwas eingebe, ähm, Hallo Welt, oder Username, User 1, dann landen wir hier natürlich bei Registered. Jetzt ist natürlich hier eine große Sache, wie kann ich diese Daten hier lesen? Ähm, denn wir haben jetzt Folgendes schon mal gelernt. Wir haben hier Request und Response. So. Im Request steht drin, was vom User kommt. In das Response Objekt schreiben wir rein, was wir reinschreiben wollen. Sprich in dem Fall HTML. Ähm, äh, der User füllt das dann aus und schickt einen Post Request an uns. Ja, das muss doch auch irgendwo bei Rack drin stehen. Das muss ja auch irgendwo bei unserem Request dabei sein. So, und da kommen wir zu unserem ersten kleinen Problem. Denn, ähm, diese Daten hier, die wir jetzt gerade quasi erhalten wollen würden, sind nicht im Request an sich direkt enthalten. Sondern, ähm, ja, Node.js möchte eigentlich mit Streams. Beziehungsweise Buffern arbeiten, ja. Streams sind, stellt euch vor, ihr ladet eine Datei hoch, dann dauert das ja eine gewisse Zeit, okay. Das heißt, nehmen wir an, wir hätten hier eine Datei, die wir hochladen. Dann haben wir hier sowas wie, ähm, Teil 1, Teil 1, T1, ähm, Teil 2 und so weiter und so fort. Also, wir teilen sozusagen die Datei auf in sehr, sehr viele Unterbereiche. Wir teilen zum Beispiel eine Datei mit 5 Gigabyte in sehr viele Unterbereiche mit jeweils 100 Megabyte auf. Das ist immer noch recht groß, aber damit man es sich besser vorstellen kann. So, dann haben wir also ungefähr 10 Teile, wenn wir 1 Gigabyte aufteilen auf 100 Megabyte. Und, ähm, hätten mit diesen 10 Teilen dann die Möglichkeit, schon mal mit Teil 1 anzufangen, wenn wir das wollen würden. Denn dann können wir zum Beispiel sagen, ey, dein Video, was du jetzt gerade auf diese Plattform hochgeladen hast, das ist zum Beispiel schon zu 90% fertig, aber dein PC ist leider abgeschützt oder du musst es leider los, kein Problem. Du kannst einfach ab 90% wieder hochladen. Und dann müssen wir nur einen ganz, ganz kleinen Teil wieder neu hochladen, weil wir ja die anderen, ähm, die anderen Bereiche, die anderen Chunks sozusagen, schon gespeichert haben. Das ist quasi der Vorteil. Jetzt weiß allerdings Node.js nicht, wie viele Daten da oder wie groß diese Daten über Post jetzt wirklich sind. und deswegen müssen wir halt leider immer mit diesen Streams arbeiten. So, und was wir jetzt also machen ist, wir haben diese Streams T1 und T2 und wir wollen sie bei uns empfangen. Was wir also machen ist, wir bauen uns einen Buffer, in den wir das Ding reinschreiben. Das heißt, wir buffern sozusagen vor. Das ist das berühmte Buffern von Webseiten, was man auch auf der anderen Seite kennt, wenn man zum Beispiel mit einer schlechten Internetleitung ein Video lädt oder anschauen möchte zum Beispiel. Genau, und das passiert auch auf der anderen Seite. Das heißt, der Server muss auch buffern, ja. Nur, dass euer Upload-Speed normalerweise echt schlechter ist als der von dem Server und euer Download ist normalerweise deutlich besser. Ja, ähm, aber wie machen wir das? Wie wir also wissen, ja, JavaScript oder Node auch in dem Fall ist ja relativ eventbasiert. Und wir wollen ja ein solches Event abfangen. Wir kennen ja solche Events sogar schon. Wir haben hier einen Server gebaut, der eigentlich konstant einfach nur auf Events wartet. Das ist quasi das ganze Konzept dahinter. Wir warten auf Events. Wir warten auf Requests. Und wir können jetzt sehr, sehr ähnliches hier drin machen. Wir können ganz einfach sagen, okay, wenn hier Daten bei Register ankommen, ja, dann warte doch einfach, bis Daten mir entgegengeflogen kommen. So, das bedeutet, ich kann mir hier einfach meine Event-Listener bauen und je nachdem, was da halt kommt, mache ich halt Dinge. Okay, also, was genau möchte ich für Event-Listener haben? Das hier soll ja als Response erstmal stehen bleiben. Das heißt, das interessiert mich aktuell nicht mal mehr. Jetzt möchte ich, ähm, zum Beispiel meinen, ähm, meinen Request-Post-Body lesen. Ja, dementsprechend definiere ich mir eine, eine kleine Konstante hier. Und zwar sagt Rack-Body dazu, beziehungsweise ich sollte das in richtiger Schreibweise schreiben. Rack-Body ist gleich, und die Dinger sind halt standardmäßig einfach Arrays. Ähm, nicht wundern, dass ich hier Cons genommen habe. Das bezieht sich nur darauf, dass ich jetzt nicht hier unten drunter hingehen kann und Rack-Body ist gleich, blablabla, machen kann. Ja, das geht nicht. Ähm, ich kann aber jede Funktion von Rack-Body aufrufen, die es gibt, auch sowas wie eben Push, um eben Daten da reinzuspeichern in mein Array. Okay, okay, was ich jetzt mit diesem Request-Body machen möchte, ist, ich möchte den füllen. Und zwar jedes Mal, wenn ich so einen vollen Buffer habe. Ja, jedes Mal, wenn ich so einen Chunk lese. Das ist im Endeffekt mein Buffer, wenn man es genau nimmt. Und ich möchte in den Buffer ja meine ganzen Chunks reinschreiben. Meine T1, T2, T3, T4. So, was ich also mache ist, ich schreibe mir ein Request.on. Das heißt, wenn bei dem Request noch irgendwas passiert, dann mach folgendes. So, was soll denn mit dem passieren bei einem Request? Hä? Ja, wir können ja Daten empfangen. Also, Request on Data. Wenn wir Data empfangen, dann mach bitte irgendwas. Und dieses Irgendwas ist normalerweise immer eine Funktion. Dementsprechend, wir empfangen ein Chunk. Wir haben es ja die ganze Zeit so genannt. Und wir, übrigens, das ist sogar, ich glaube, die offizielle Schreibweise. Ähm, okay, nein. Ähm, also wir empfangen ja einen Chunk. Und wir wollen dieses Chunk verarbeiten. Dementsprechend bauen wir uns hier wieder eine Funktion. Ihr könnt ja auch mit einer normalen Funktion arbeiten. Oder diese Arrow Functions von, ähm, ES6 benutzen. Die wir hier oben auch schon haben. Also hier dieses Request ist genau dasselbe. Das ist halt so die Standardschreibweise. Und, ja, jetzt können wir, was wollen wir mit diesem Chunk machen? Naja, erstmal wollen wir es einfach nur loggen. Verarbeiten tun wir irgendwann später. Aber wir wollen das jetzt hier loggen. So, schauen wir uns das doch mal ganz kurz an. Wenn wir das jetzt neu starten. Einmal die Node-App neu starten. Und jetzt gehen wir zurück. Und sagen hier los. Wir gehen hier auf Register. Und wir sehen hier Buffer 5573, 6572. Hm. Nicht das, was wir haben wollten, richtig? Äh, jein. Also eigentlich schon. Aber es sieht komisch aus. Ähm, das Problem ist, dass wir solche Daten ja normalerweise über das Netzwerk empfangen. Und die sind halt in Binär vorliegend. Das heißt, wir haben hier quasi rohe Binärdateien. Mit denen wir, by the way, relativ wenig anfangen können. Also lasst uns dieses Console-Log hier wieder rausschmeißen. Und sagen wir hier einfach, wir bauen uns das in unseren Request-Body rein. Request-Body. Punkt, äh, nicht Concert, sondern Punkt Push. Ich möchte ja meinen Chunk da reinpushen. Mein Stückchen, äh, binäres Zeug möchte ich da drinnen stehen haben. Okay, cool. Ähm, und wie kann ich das jetzt lesen? Also ich meine, wenn ich jetzt hier unten auf mein Request-Body drauf zugreife, einfach hier einen Console-Log vom Request-Body mache, dann, ähm, bringt mir das quasi gar nichts. Denn das hier wird ja durch ein Event ausgelöst. Und wer sagt denn, dass sofort alles hochgeladen ist? Es könnte ja zum Beispiel eine Datei sein, die ein Gigabyte hat. Und ich brauche vielleicht ein paar Minuten, ein paar Stunden für ein Gigabyte. Also, ähm, was wir machen müssen, ist, wir müssen noch einen Event-Listener registrieren. Und zwar auch wieder bei Rack.on. Es gibt noch einen zweiten Rack.on. Wir haben hier übrigens, also es gibt sehr viele Rack.ons. Aber was wir suchen ist End. Ähm, Rack.on End ist im Endeffekt ein, ey, wir sind fertig mit Daten hochladen. Wenn wir fertig sind mit Daten hochladen, mach mal bitte das da. Mach mal bitte das da, wie üblich, eine Funktion, wieder eine Arrow-Funktion. Natürlich hier auch kein, äh, Chunk oder sowas mehr dabei, denn wir sind ja fertig mit Chunks liefern. Also haben wir hier auch keinen Parameter, den wir übergeben könnten. Und deswegen ist das Ding leer. Ja, so, was wir jetzt hier drin haben, ist natürlich, wir haben unseren vollen Request-Body. Der ist so fertig, ähm, den, den könnte man direkt ins Bett checken. Sorry, ähm, aber ja, man, man hat hier jetzt alle Daten drin, die man braucht. Dementsprechend muss ich den nur noch irgendwie verarbeiten. Und das mache ich mit meinem Buffer. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, Buffer.concat. Concat. Das heißt, häng bitte alles, was in Request-Body an Chunks drin steckt. Hier stecken ja einen Haufen, Haufen Chunks drin, ja. Und alle Chunks werden jetzt hintereinander geschrieben. Das heißt, hier steht am Ende nicht mehr 55, 73, 65, bla, bla, bla. Sondern das Ganze halt vielleicht eine Million Mal hintereinander. Immer noch alles in Binär, immer noch alles unlesbar für uns. Aber jetzt an einem Stück. Äh, zumindest an einem großen Stück. Und wenn ich jetzt weiß, was das alles ist, was ich hier habe, dann kann ich hier auch ein, ähm, eine Parsed-Variable, ähm, mir erstellen. Und kann meinen Body, weil ich es ja weiß, was ich erwarte. Ich erwarte ja im Endeffekt, dass man hier seinen Username angibt. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, okay, mach mal einen String draus. Und kann jetzt damit arbeiten. So, und das Ding, das wollen wir uns jetzt loggen. Das wollen wir als Parsed loggen. Und hier haben wir dann auch am Ende, wisst ihr was? Ich logg hier oben trotzdem nochmal kurz die Chunks, damit wir die alle auch sehen können. Console Log Chunk. Und ich logge hier vorne dran auch nochmal ganz kurz den Request Body, damit wir uns, ups, damit wir uns das auch richtig ansehen können. So, wir starten einmal ganz kurz unseren Server neu. Und wir aktualisieren die Seite. Ich sende einfach dieselben Daten nochmal, nicht wundern. Und jetzt sehen wir hier, okay, wir haben eine Liste an Buffern. Okay, hier stand offensichtlich schon alles drin. Mein Chunk hat alles beinhaltet, was ich hatte. Davon kann ich aber leider nicht ausgehen. Könnte ja ein langer Username sein. Und dementsprechend konvertiere ich das jetzt. Und hab hier stehen, Username ist gleich User 1. Woher kommt dieses Username? Naja, ganz einfach. Mein Input-Type heißt Username. Und mein User 1, naja, das ist das, was ich eingegeben habe. Cool, das heißt, ich kann damit jetzt arbeiten, oder? Ja, kann man. Mehr oder weniger zumindest. Also hier drin kann ich jetzt quasi alles weiter verarbeiten. Ich lösche jetzt das hier mal nochmal kurz raus. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. Wir brauchen ja nur noch dieses Parsed hier unten. Das möchte ich jetzt irgendwie verarbeiten. Hier wäre jetzt eure Aufgabe, das zum Beispiel in eine Datenbank zu schreiben, in eine Datei zu schreiben. Was auch immer euer Begehren ist. Aber eine Sache, bevor wir das im nächsten Video dann in eine Datei reinschreiben, Datenbanken kommen noch, machen wir irgendwann später. Jetzt noch nicht. Aber wenn wir das jetzt hier reinschreiben würden, oder wenn wir hier irgendwas machen würden, dann auf jeden Fall immer hier drin. Ja, wir können nicht, wir können das nicht irgendwie außerhalb dieser Funktion schreiben. Bedenkt bitte, das ist mega wichtig, Node pausiert sich nicht. Ja, das heißt, die Ausführreihenfolge ist nicht unbedingt von oben nach unten. Wenn wir Slash Register erreichen, also die URL aufrufen, dann passiert folgendes. Wir holen uns, oder wir schreiben uns, wir definieren uns den Request Body. Wir definieren uns, dass es da eine Funktion gibt, die ausgeführt wird, wenn wir Daten erreichen. Wir definieren, dass wir eine Funktion haben, die ausgeführt wird, wenn die Daten vollständig da sind. Und dann senden wir das hier sofort und erst irgendwann später, wenn Daten wirklich geladen wurden, sprich, wenn das ausgeführt wurde und wenn das hier ausgeführt wurde, erst dann wird im Endeffekt unser Username vollständig verfügbar sein. Das heißt, wir müssen das auf jeden Fall hier drin machen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das hier als allerletztes ausgeführt wird, vor allem, wenn ihr große Dateien habt. Das heißt, seid hier immer vorsichtig und ja, denkt dran, dass das hier die Definition ist, was soll passieren, wenn wir fertig sind. Nicht, dass wir da tatsächlich schon fertig sind. Das hier wird höchstwahrscheinlich vorher ausgeführt. Es ist ein bisschen komisch, sich das so vorzustellen, dieses Event-basierte, aber ihr könnt euch diese beiden Dinger hier als Event vorstellen, während das einfach sofort durchläuft. Wobei alles zusammen auch ein Event ist. Also, ja, ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, das kriegt man auf jeden Fall hin und ja, wir gucken uns nächstes Mal an, wie wir das Ding in eine Datei schreiben. Bis dann, ciao.